Mit dem grünen Band der Sympathie Kommen Sie ruhig herein, hier beißt sich keiner. Aber ich bin ja gar keine Kundin der Dresdner Bahn. Das macht doch nichts. Vielleicht werden Sie es ja einmal. Möglich? Das kann man nie wissen. Nehmen Sie doch so lange Platz, bis der Regenschau vorüber ist. Hier wird man ja richtig verwöhnt. Vielleicht noch eine Zeitung? Ja, danke. Sagen Sie, darf ich vielleicht mal telefonieren? Aber selbstverständlich doch. Ich muss nämlich mal meine Bank anrufen. Aber bitte sehr. Auch das können Sie. Ich werde natürlich nicht verraten, wie nett Sie hier zu mir sind. Ja? Dresdner Bank. Mit dem grünen Band der Sympathie. Ich werde nicht mit mirقت, ich bin einiger mixture. Ich meine Bank anrufen. Ich werde mich mit mir zu Hause verbunden. Ich werde mich mit mir vorsch fenήσig sein.